Hallo Lego Freunde, schön dass ihr wieder reinschaut bei Bricks4Joe. Diesmal habe ich was zu den Lego Speed Champions für euch und zwar die 75 875 aus dem Jahr 2016. Das Set nennt sich Ford F-150 Raptor und Ford Model A Hot Rod. Insgesamt 664 Teile, darunter sind 4 Minifiguren und zusätzlich noch 29 Sticker. Die Allterempfehlung von Lego ist zwischen 8 und 14 Jahren. Und wie die Schachtel schon vermuten lässt, gibt es nicht nur die zwei Fahrzeuge, sondern auch noch einen passenden Anhänger, gibt es eine Werkstatt mit tollem Zubehör und eine Ampel. Hier auf der Rückseite der Schachtel finden sich auch noch Fotos der Originalvorlagen für die beiden Lego-Fahrzeuge. Hier jetzt für euch schon mal das komplette Set, kurz im Überblick. Wie gesagt, wir haben die zwei Fahrzeuge, hier ist die Startampel, das ist der Anhänger, die vier Minifiguren und natürlich auch die Werkstatt mit den tollen Zubehör. Und so kommen wir auch schon jetzt zu den Minifiguren. Das ist die erste, das ist der Hot Rod Rennfahrer. Diese Figuren haben jetzt alle keine speziellen Vorbilder oder Namen, sondern sind eher mehr in Richtung Lego City einzuordnen. Aber eines scheinen alle vier Figuren gemeinsam zu haben, sie stehen auf Rennsport und natürlich die Marke Ford. Wie man gut hier an dem T-Shirt der ersten Figur sehen kann, unter seinem karierdroten Hemd. Und so kommen wir vom Hobby-Rennfahrer zum Vollprofi. Das ist unsere zweite Minifigur und die nennt sich einfach nur Rennfahrer. Und der Rennfahrer hält auch schon ein tolles Zubehör in der Hand, einen goldenen Pokal. Obendran, das ist übrigens ein Rollschuh für Minifiguren in Gold. In Gold gab es diese übrigens bislang nur in den Sets der Speed Champions. Im Gegensatz zu seinem Kollegen von vorhin trägt dieser Rennfahrer einen richtigen feuerfesten Overall. Auch hier bedruckt mit dem Ford-Logo vorn auf der Brust und hinten nochmal groß auf dem Rücken. Da es in diesem Set ja zwei Fahrzeuge gibt, wird das der Fahrer für den Ford F-150 Raptor sein. Und so kommen wir schon zur dritten Minifigur und das ist der Rennleiter. Der Rennleiter ist eine sehr wichtige Person. Er sorgt eigentlich dafür, dass das Rennen stattfinden kann, dass alle Regeln eingehalten werden. Und er darf auch zum Schluss die Zielflagge schwenken. Und diese hält er hier als Zubehör schon in der Hand. Diese Fahne ist jetzt übrigens mit Stickern verziert, zwei Stück. Was ich wirklich sehr schade finde, denn solche Flaggen gab es schon von Lego als bedruckte Variante. Der Rennleiter scheint ziemlich sonnenempfindlich zu sein, denn unter seiner dunkelroten Baseballkappe, sehen wir, trägt er noch eine schicke Sonnenbrille. So kommen wir auch schon zur letzten Minifigur und das ist der Automechaniker. Der Automechaniker ist jetzt nicht zu verwechseln bitte mit dem Schweißer aus der Minifigur Serie 11 von 2013. Die Maske, die er trägt, ist übrigens ein neues Element, beziehungsweise in der Farbe der Original-Schweißerhelm. Der war etwas heller, also hellgrau und hatte ein bedrucktes Visier. Das waren jetzt alle vier Minifiguren aus diesem Set für euch im Detail. Und so kommen wir jetzt auch schon zu dem ganzen schicken Zubehör. Als erstes möchte ich euch die Startampel zeigen. Hierfür werden noch zwei Sticker benötigt und insgesamt acht Minifigur-Bratpfannen. Die Lampen haben natürlich auch eine Bedeutung. Oben die ersten, das sind die Lampen für die Lichtschranke, dass sich das Fahrzeug daran befindet. Die orangen, das sind die Startsequenz. Die grüne heißt Start und die rote ist natürlich der Fehlstart, beziehungsweise Abbruch. Als nächstes haben wir jetzt hier, das ist der Motorkran. Und vorne dran, ihr seht es schon, hängt noch ein zusätzlicher Motorblock zum Austauschen. Die einzige Schwachstelle von dem Kran ist, wenn zu viel Gewicht nach vorne ist, fällt das ganze Ding leider einfach um. Dazu gibt es noch hier einen kleinen gelben Wagen, um den Motorblock wunderbar von A nach B zu transportieren. Am Motorblock selber finden wir übrigens noch 4x1x1 Rundfliesen mit einem silberischen Aufdruck. Aufdrucke sind in diesem Set wirklich selten, aber die gleichen Rundfliesen finden wir dann später noch am Hotrod. Wie man sehen kann, verfügt der Motorkran noch über mehrere Knickgelenke, was natürlich den Einbau eines Motors sehr erleichtert. Aber an der Stelle, die eigentlich am stabilsten sein müsste, hält das Lego-Teil hier einfach nichts aus. Aber in einer richtigen Werkstatt ist so ein Motorkran wirklich ein sehr gutes Hilfsmittel. Das letzte große Zubehör aus diesem Set, das ist das Siegerpodest-Werkstatt. Auf der einen Seite sehen wir hier das Siegerpodest, dafür werden 3 Sticker benötigt. Hinten das große, schwarz-weiß-karierte Feld, das ist auch ein Sticker. Dazu ist natürlich hier auch der Pokal. Und auf der anderen Seite finden wir dann die Werkstatt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Werkstatt hier eine mobile Werkstatt sein soll oder eine, die irgendwo fest montiert ist. Aber sie ist wirklich sehr gut ausgestattet. Wir finden hier einen Schraubstock, es gibt einen gelben Feuerlöscher, allerhand Zubehör. Auch unten in den Schränken finden wir weiteres Werkzeug. Auf der rechten Seite gibt es hier einen Akkuschrauber und auch in den Schubkästen finden sich weitere Schraubenschlüssel. Was mir sehr gut gefällt, das ist die Standbohrmaschine hier. Für den Bohrer wurde einfach der Minifigur-Schraubens hier verwendet. Des Weiteren gibt es noch eine Schaufel und einen Besen. Des Weiteren bringt ja noch der Automechaniker ein Schweißgerät mit. Und so kommen wir jetzt auch schon zum ersten Fahrzeug, dem Ford Model A Hot Rod. Um genau zu sagen, handelte es sich um ein Ford Model A Coupé, gebaut von 1928 bis 1931. Und das kam damals um die 400 Dollar, was aber wirklich sehr viel Geld war. Die Jugend hat dann, als das Fahrzeug keiner mehr haben wollte, es wieder für sich entdeckt, denn es war ein leichtes Fahrzeug. Und mit einem großen Motor, vorzugsweise einem V8, wurde es eine richtige Rennmaschine. Auch unser Modell hier von Lego verfügt über einen großen Motor. Daran finden wir übrigens zwei Sticker. Auch die Nummernschilder vorn und hinten sind mit Stickern verziert. Ausgenommen sind hier die Türen mit dem schicken Flammenmuster. Das sind bedruckte Elemente. Des Weiteren finden wir hier die 1x1 Rundfliesen mit dem silbernen Aufdruck oben am Kühler und hinter dem Motorblock. Sowie die Nabenkappen in Rot vorne an den Rädern sind auch mit Schwarz bedruckt. Was ich sehr schön finde, aus diesem Hot Rod Coupé kann man auch ganz schnell ein Cabrio machen. Man nimmt einfach das Dach ab, setzt die Scheibe wieder drauf und fertig ist das Ganze. Die Minifigur passt wirklich wunderbar hinein, passt aber wirklich gerade so unter das Dach. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie man denn hier den Motor tauscht. So können wir jetzt mit unserem Motorkran den großen V8 Big Block herausnehmen und setzen den etwas kleineren Motor hinein. Es könnte sich dabei um einen original umgebauten Motor handeln und zwar den 3,3 Liter Vierzylinder. Im Original nur 40 PS, aber das sieht schon ein bisschen nach mehr aus. Und so kommen wir schon zum nächsten Teil dieses Sets. Und zwar möchte ich euch erst einmal den Anhänger zeigen. Der Anhänger ist insgesamt 18 cm lang, 8 cm breit und 6 cm hoch. Des Weiteren verfügt er hier hinten über ausklappbare Auffahrrampen. Hier benötigen wir auch noch einen Sticker, der befindet sich hinten dran und zwar ist das ein Nummernschild. Der Anhänger ist gut ausbalanciert, hält aber so eigentlich nicht stand. Dafür gibt es hier auf der anderen Seite ein kleines Zahnrad. Das kann man drehen und dann fahren sich noch extra Stützen raus. So kann der Anhänger einfach nicht mehr kippeln. Der Anhänger ist konstruiert für den Radabstand des Hot Rods. Man kann also mit dem Hot Rod rauffahren. Das Ganze geht ein bisschen hakelig an einer Stelle, denn der Hot Rod liegt wirklich sehr tief. Und dann fährt man bis vor. Zack, er rastet ein, hält stabil und so kann er wunderbar transportiert werden. Und gezogen wird nun das Ganze durch den F-150 Raptor. Von Ford gab es ja schon einige F-150 Modelle, aber den besagten Raptor hier, den gab es bislang noch nicht. Ist also noch ein Prototyp, soll wahrscheinlich erst Ende 2016, Anfang 2017 auf den Markt kommen. Aber dafür können wir ja hier schon mit unserer Lego-Version spielen. Das ganze Modell macht ganz schön was her, finde ich. Ist ein großes, massives Teil mit einer ausgeklügelten Federung. Das Ganze funktioniert wirklich wunderbar. Man sieht zwar unten den roten Gummi, aber das stört eigentlich bloß minimal. Dafür federt das Ganze einwandfrei. Zusätzlich gibt es aber noch was für die Optik und zwar angedeutete Stoßdämpfer bzw. Federn. Die kann man in den Radkästen silbern durchscheinen sehen. Die sind gebaut aus mehreren 1x1-Rundplatten. Auch noch für die Optik gibt es an diesem Modell zahlreiche Sticker. Ich habe sie mal nachgezählt. Insgesamt brauchen wir für dieses Fahrzeug alleine 17 Stück. Und so entwickelte sich dann auch der Zusammenbau des F-150 Raptor zu einem Mischmasch aus Lego-Steinen, Konstruktionszusammenbauen und Abziehbildchen draufkleben. Was mich wirklich sehr gestört hat, denn man hätte können wieder mal einiges bedrucken. Dafür hat das Fahrzeug eine aufklappbare Ladefläche, wo dann auch einiges Platz hat. Türen gibt es hier leider nicht, die man aufmachen kann, aber Lego-typisch wird das Dach abgenommen und dann die Minifigur platziert. In einer Lego City macht dieses Fahrzeug sicherlich ganz schön was her. Wenn es denn überhaupt durch die engen Straßen kommt, ich glaube von den Größenverhältnissen entspricht das schon bald einem großen Müllfahrzeug. Aber so sind auch die Fahrzeuge im Original wirklich groß, schwer und massiv. Und hier sehen wir jetzt das ganze Gespann mal komplett. Also den F-150 Raptor mit Anhänger und hinten auf der Ladefläche dann der Modell A Hot Rod. Und so können die beiden losfahren und zwar zum nächsten Rennen. Das Rennen, was hier übrigens gefahren wird, das ist ein sogenanntes Drag Race. Also ein Beschleunigungsrennen in der Regel über eine Viertelmeile. Das sind knapp über 402 Meter. Und selbstverständlich geht es bei diesem Rennen einfach nur darum zu sehen, wer der Schnellste ist und wer als erstes im Ziel ankommt. Und das am besten in kürzester Zeit. Und ich hoffe, es ist der kleine Hot Rod. So kommen wir jetzt auch schon zu den Bauanleitungen. In diesem Set gibt es übrigens noch einen Teile-Trenner und mehrere Bauabschnitte in durchnummerierten Tüten. Im ersten Bauabschnitt geht es um den Motorkran, den Hot Rod Fahrer und natürlich um den Model A Hot Rod selber. Und so kommen wir auch schon zum zweiten Heft. Hier bauen wir dann den Rennfahrer und den F-150 Raptor. Hier gibt es übrigens auch einzelne Bauabschnitte, wo nur Sticker verwendet werden. Nachdem dann das Fahrzeug fertig gebaut ist, baut man im Anschluss gleich noch die Ampelanlage mit. Leider ist die Ampelanlage von Lego hier nicht ganz hundertprozentig korrekt. Im Original finden wir übrigens sechs runde gelbe Lampen und hier finden wir nur vier. Jetzt kommen wir aber schon zu Heft Nr. 3 und darin beginnen wir mit dem Zusammenbau des Anhängers. Und dann kommt natürlich die Werkstatt ran mit der Siegertribüne. Gleich im Anschluss der Bauanleitung finden wir weitere Fahrzeuge aus den Speed Champion Sets. Unter anderem ein schickes schwarzes Camaro Muscle Car. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass dieses Fahrzeug wunderbar gegen unser Ford Model A Hot Rod antreten kann. Zu guter Letzt wie immer für euch die Teileliste. In diesem Set sind wirklich ein paar schicke Teile dabei. Hier der große, aufgebrauchte Stickerbogen. Und ich bedanke mich wie immer bei euch für die Aufmerksamkeit. Und hoffe, ihr schaut mal wieder rein bei Bricks for Joe. Bis zum nächsten Mal.